Yes! Kleine Spritz zugefällig? Max und Stefan hatten sich eines von Pauls Spielzeugen ausgeliehen und die Telefonleitung eines Radio-Gewinnspiels manipuliert. Hallo, Benjamin Engel mein Name. Die richtige Antwort lautet B. Ottmar Hitzfeld. Was hat das mit Clay zu tun? Was für eine Scheiß-Botschaft-Check dahinter, wenn ihr einen Porsche klaut? Jetzt habt ihr nicht so! Es gab mal kein Scheiß-Renault! Superhelden brauchen ein Superhelden-Auto! Who am I? Kein System ist sicher. Ab 25. September im Kino.